und damit hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV Simulation ich bin's der bio und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen video hier auf diesem kanal ja ihr seht zwar den blender hintergrund und das ist natürlich das was ihr heute sehen wollt oder gefragt wurde ob ich euch das zeigen kann ja ihr wisst ja aktuell dass ich ja rund um lotus ja gerade relativ wenig passiert ich relativ wenig mache also so zwecks kartenbau oder so oder eventuell objektbau halt doch relativ wenig ist das ist so nicht ganz richtig denn ich baue schon objekte häuser allerdings jetzt sind sie jetzt eher für eine andere karte gedacht und das ganze baue ich jetzt so im hintergrund und das kostet natürlich alles viel zeit zusätzlich habe ich ja noch so mein mein kleines projekt was ich hier noch am laufen habe und der ein oder andere weiß es eventuell noch gar nicht da eventuell gar nicht hier bei uns auf dem discord ist oder vielleicht jetzt sich auch jetzt nicht wirklich in dem lotus forum jetzt gerade so umher schaut deswegen möchte ich dieses video hier dazu heute nutzen um euch mein neues projekt vorzustellen was ich hier in den nächsten monaten plane hoffentlich mal zu veröffentlichen das ganze ist natürlich freeware ja das wird nichts kosten das mache ich hier aus freien stücken und auch ich selbst bin in blender noch relativ jung unterwegs das heißt jetzt so dass ich jetzt hier nicht so die mega erfahrung habe ich mir das aber so langsam so stück für stück selbst beibringen wie das ganze funktioniert wie man das natürlich ja machen kann ja aber es geht natürlich immer noch besser und das ist jetzt natürlich die sache ich zeige euch jetzt hier so meine straßenbahn die ich hier aktuell baue den t24 und das allerdings jetzt nicht in eine zeitlupe wie sich der ein oder andere das sich eventuell gewünscht hat sondern wir nehmen hier meine speicherstände die ich hier erstellt habe immer wenn ich hier dran weiter gebaut habe und das sind mittlerweile einige speicherstände geworden und ja damit wir jetzt gar nicht so lange los rumquatschen oder sowas dachte ich mir ich zeige euch das ganze mal natürlich wisst ihr ja mittlerweile wie blender aussieht wie blender funktioniert also dazu werde ich jetzt erstmal nichts groß zu sagen zumal es ja dort eigentlich ja ein separates video gibt wie ich natürlich das ganze so erkläre wie blender so eventuell funktioniert dass der ein oder andere das ja auch versteht ja und ja darum soll es mir heute gar nicht gehen wie gesagt mir geht es heute einzig und allein wirklich nur darum dass ich hier euch heute so ein bisschen was zeigen kann so und somit fing mein kleines projekt an das war einfach nur so kleines testprojekt gewesen ihr seht ne wir haben hier vorne was und wir haben hier an den seiten so ein paar teile hier die wir hier so gebaut haben vorne ja wir hier unsere kleine lampe hier habe ich mich mal versucht gehabt mal so eine ja so ein kabel praktisch zu erstellen was jetzt im nachhinein doch relativ einfacher geht als wie ich das damals gemacht habe ja und sonst war hier eigentlich mit meiner ersten version noch nicht viel zu sehen halten also so fing das projekt mal ursprünglich an und und das war eigentlich zu dem zeitpunkt gewesen wo der blv mich eingeschrieben hat dass er gerade am kt baut da dachte ich mir so eine eigene bahn bauen das wäre natürlich schon richtig nice ja so würdest du ja auch gerne mal machen und hab mir mal so überlegt gehabt was könnte man denn so als anfänger als anfänger projekt zum beispiel nehmen ja was könnte man so bauen für als anfänger halt und da ist mir ganz einfach der t24 halt einfach so in den kopf geschossen ja der t24 ist halt eine straßenbahn aus den jahren 1930 ja also ist halt schon eine relativ alte straßenbahn halt ja die sehr sehr kantig war noch relativ wenig sitzplätze aber im allgemeinen doch relativ hübsch aussieht deswegen dachte ich mir so okay ja die möchtest du ja gerne bauen und aus dem entstand das hier praktisch wenn wir mal jetzt weiter gehen gehen wir jetzt noch mal schon zu bild zwei seht ihr es hat sich schon auf jeden fall die erste form angenommen ja die dachbauten sind hier schon dazu gekommen ja die sehen wir hier ganz schön dass ich das ganze hier wirklich stück für stück jetzt hier schon so gebaut habe die fenster sind drin die türen sind drin also also die 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 aushöhlung halt ne und sonst haben wir den unterboden ja und wie gesagt das ganze dachbau zeugs hier das ist sind halt alles wirklich einzelne objekte hier das ist hier nichts irgendwie so zusammengeschustert das ist ja weiß ich noch nicht ob ich das ganze für lotus halt fertig mache oder ob man das halt allgemein halt einfach so öffentlich stellt und dann kann derjenige damit machen was er will ja ich werde das natürlich dann alles noch fertig texturieren und dann kann man halt natürlich gucken was man damit macht halt ne vielleicht haut man das auch für einen anderen simulator raus man weiß es nicht ja man kann natürlich hier sicher so ein bisschen austoben und hier oben fing das denn schon das erste mal an dass ich so mit detailarbeit angefangen habe ja wo ich mir so gedacht habe okay das muss so und das muss so ich habe natürlich den bilder im hintergrund gehabt die ich mir dann so angeschaut habe ich kann ja mal ganz kurz gucken ob ich jetzt hier schnell mal eins finde und zwar waren hier tatsächlich so eine modellbausätze hier für mich so eine kleine hilfe gewesen von modellbahn markt straßenbahn kann man kaufen das ist die ich glaube die fährt sogar ja ist als modell halt ja kostet irgendwas so mit 200 300 euro das ist schon ein gutes stück ja und diese fahrzeuge hier habe ich mir praktisch so ein bisschen als modell genommen ja weil es ist halt eine straßenbahn die schon wirklich ein sehr altes modell ist und man heutzutage eigentlich kaum bilder davon findet die man halt gut gebrauchen kann und habe mir dann halt erstmal so das grobe ganze hier angeschaut wenn man sich das natürlich anguckt ist es halt schon alles sehr verwaschen und haut mit dem original nicht wirklich hin mittlerweile habe ich jetzt bilder gefunden noch mal ein dickes dankeschön an fasos der mir da so eine spezielle seite zukommen lassen hat wo man halt auch ältere straßenbahn modelle findet und dementsprechend konnte ich dann halt noch ein bisschen mehr halt praktisch rausholen aus meiner straßenbahn und ja das war halt auf jeden fall so der nächste stand der jetzt fertig geworden ist wir sehen hier zum beispiel auch man kann hier noch so schön durchgucken also praktisch hier die fenster wurden rausgeschnitten halt genauso wie die türen ja also man ja es wurde was und so und wichtig hier auch zum beispiel der knick jetzt hier mittlerweile zwischendrin ja also wir haben hier so ein knick drin ja dass das ganze nicht so einfach nur so ein quadrat praktisch ist sondern sich schon so ein bisschen formt das dritte bild war dann schon mit ein bisschen mehr details drin gewesen wir haben hier an den seiten zum beispiel hier schon so eine holzverkleidung so ein bisschen gehabt wir haben hier unten jetzt hier auch den schutz ja den den ich sag mal straßenschutz jetzt damit jetzt nicht alles da unter dem räderwerk kommt ja wir haben hier die wie heißen sie dafür so zum einsteigen halt man sieht hier aber dass das noch nicht so hundertprozentig passt so funktioniert weil so macht das halt wenig sinn halt drauf zu steigen und hier unten habe ich mir auch so ein bisschen ausgetobt das sind ja alles einzelne holzpaneele die hier praktisch gebaut habe und ja ich hier schon die kleine vorrichtung hier praktisch für die für für sachen für die kupplung und sonst ja hat sich hier ach so wie sehen wir zum beispiel noch ich habe versucht hier hier sieht man schon teilweise hier unten sind oder nee hier haben wir es scheinbar noch nicht gemacht den kommt es noch später auf jeden fall auf jeden fall wie gesagt nimmt sie jetzt immer mehr form an ja so dass ich mir schon so gedacht habe so ja also wenn ich da jetzt weiter dran arbeite den kannst du ganz gewähren hier zum beispiel das ist hier dieses eine werbefenster was jetzt was man da zum beispiel auf der modellbahn zum beispiel gesehen hat ja und dann hier natürlich den die ganzen einzelnen holzpanelen die wir hier haben so bild vier waren schon so gewesen dass wir dann schon die einzelnen türen hatten und natürlich schon die fensterscheiben die sind hier schon haben schon den einzug gefunden und spätestens jetzt genau haben wir hier schon das ganze ab also zugemacht so dass man hier wie hier drüben nicht mehr so durchgucken kann hier kommt man durchgucken das ist jetzt hier mittlerweile nicht mehr der fall wir haben wir die haltestangen zum einsteigen drin wie gesagt die türen sind jetzt da fenster sind da und hier auch so eine kleine diese glocke hier die hängt jetzt hier mittlerweile jetzt auch schon drauf und sonst halt überall die fensterscheiben schon so weit drinnen dass man ja das ganze schon vom außenmodell her fast schon in ordnung finden kann jetzt weiß ich aber dass der ein oder andere sagt ja da müssen viel mehr details müssen da rein viel mehr details müssen da rein und das wollte ich natürlich dann auch machen und habe dann dementsprechend schon darauf geachtet dass wir hier immer mehr details hier einbauen das sind jetzt bei bild 4 gehen wir mal jetzt auf bild 5 und ja das ist noch nicht ja das war meine erste versuch das ding schon zu texturieren man sieht es ich war damit jetzt nicht ganz glücklich gewesen hat irgendwie alles so nicht gepasst auch vorne hier mit der lampe und alles was war das jetzt kein absolutes highlight gewesen also es war jetzt nicht so pralle und sonst vom modell her hat sich glaube ich hier an der seite nichts verändert genau das war halt einfach nur dass das ganze zum ersten mal hier texturiert war also da sieht man schon so der erste ansatz war halt schon da und ja ich hätte eigentlich gedacht gehabt dass soweit schon mal das außenmodell fertig ist aber ich wollte halt doch noch mehr habe dann dementsprechend halt noch mehr bilder bekommen und konnte den man halt immer so stück für stück weiter weiter bauen gehen wir jetzt zu bild 6 und ihr seht jetzt haben wir hier zumindest schon mal hier drin die fensterscheiben sind klar wir haben hier für die weichen und wir haben unser rollwerk unten dran was natürlich noch nicht so ganz optimal aussieht das sieht auch in der heutigen fassung noch nicht so klasse aus jetzt sagen musst du geben das kann man so lassen da muss ich mal gucken ob ich da noch weiter dran rumtüfte dass das noch besser ist aussieht auf jeden fall als wichtiges aber das haupt also so könnte man es erst mal lassen das problem ist ich finde kaum bilder dazu wie das rollwerk unten aussieht und das finde ich halt persönlich ein bisschen schade zu der zeit waren ja wohl fotokameras heute noch nicht und so und hast nicht gesehen aber auf jeden fall man sieht diese straßen waren immer nur irgendwie so angeschrägt ja dass das man hier so das rollwerk kaum sieht also man muss wahrscheinlich selbst mal irgendwie in so einem forum mal vorbeischauen und so in unserem museum und dann mal selbst gucken wie man da am besten rankommt auch sieht man hier mal ganz schön dass die das ist rollwerk relativ oder dass der baukasten ja hier oben der der die aufbauten relativ hoch sind wenn man mal so den die wicke betrachtet ist das schon ja ist deutlich zu hoch sonst hat sich hier eigentlich so weit nichts getan außer dass hier die andere seite jetzt auch ihre fensterscheibe drin hat und das ganze hier dementsprechend abgeschlossen ist ja so dass wir jetzt hier eigentlich hier unseren kleinen passagierraum haben hier ohne fahrersitz und co wir haben hier oben zum beispiel noch was aufgebaut was ich anhand von bildern gesehen hatte ich aber noch nicht so direkt wusste was das ist aber das thema später dann werden wir nochmal später drauf das ist wie gesagt alles resultiert praktisch aus bildern die ich im internet gefunden habe und habe das dann dementsprechend dazu nachgebaut das einzige was halt ja was ich halt übernommen habe sind die maße ja vom vom baukasten hier also vom vom aufbau ja dass das ganze 10 meter lang ist und ich glaube 2,8 meter sind sie halt oder 2,3 meter halt in die breite dann haben wir das erste mal schon den inbau angefangen wir sehen auch hier zum beispiel die spiegel sind jetzt hier zum beispiel dran ja die sind jetzt neu dazugekommen die waren vorher noch nicht dran gewesen und der erste versuch halt von ihnen das ganze zu bauen ist er hat praktisch auch begonnen ich kann jetzt mal ganz kurz mal hier mal ganz mal so ein bisschen rausholen da seht ihr zum beispiel dass das ganze jetzt hier angefangen hat dass sie jetzt gesagt habe so okay jetzt jetzt muss da was passieren und ja der fahrerplatz ist praktisch entstanden ja es ist natürlich eine ganze menge ihr seht hier der erste ansatz vom fahrerplatz kommt der pult und hier hinten drin haben wir natürlich auch schon dass das ganze war der erste versuch gewesen habe das so ein bisschen mit stangen und sowas weil ich halt dementsprechend die bilder noch nicht so richtig hatte die ich brauchte um das halt originalgetreu nachzubauen halt ne also da sieht man dann halt wie ja praktisch der der erste vorreiter und hier auch zum beispiel schön zu sehen dass hier auch mittlerweile eine mittelwand noch dazu gekommen ist hier sehen wir es mal das haben wir hier auf der anderen seite dementsprechend halt auch so dass man dann halt nicht mehr so komplett durchgucken kann nur zum fahrer hin war es halt dementsprechend noch offen gewesen bild 8 sollte jetzt ein bisschen mehr zeigen genau da sehen wir jetzt zumindest schon mal wenn ich das ganze mal jetzt hier rausnehme zack und zack sehen wir jetzt hier dass sich vom innenraum her von den fahrgästen halt her nichts getan hat allerdings hat sich hier vorne schon wieder ein bisschen mehr getan und zwar sehen wir jetzt hier mal den arbeitsplatz von unserem fahrer und das schöne ist das sehen wir später noch ist schon sehr spontanig ne also das sind jetzt aus bilder die ich jetzt bekommen habe halt dementsprechend so nachgebaut ist es jetzt sehr provisorisch noch das ist auch in der heutigen version noch sehr provisorisch das muss natürlich alles noch ein bisschen verfeinert werden wenn man das ganze passt halt auch ist das problem dass man halt wie gesagt kaum informationen heute bekommt wie man zum beispiel so eine straßenbahn den t24 zum beispiel aufrüstet ja und wird euch halt da was zum beispiel bringen also solltet ihr da irgendwie ein bisschen erfahrung haben dann könnt ihr da gerne die kommentarfunktion nutzen oder irgendwie mal so eine anleitung falls ihr irgendwen noch kennt oder sowas der vielleicht bei der straßenbahn damals unterwegs war oder vielleicht sich auch für straßenbahn interessiert und die straßenbahn vielleicht auch noch kennt ja dann werden zum beispiel so sachen hilfreich wie ja also ich würde sagen das ist klar das ist der schubregler hier das ist klar warte mal ganz kurz gucken hier das hier ist der schubregler das wird der richtungswender sein ja und das wird hier so eine art bremse so handbremse oder sowas aber was was das hier was ist das dann das wird auch noch mal richtig abgesichert da kommt eigentlich noch so ein bügel rüber ja das ist ja praktisch wie so eine glocke da drauf hängt aber was das jetzt so so direkt jetzt halt bedeutet das ist da habe ich echt keine ahnung hier oben das ist halt für die scheinwöcher wir haben ja hier draußen noch ein scheinwöcher ne hier der hier also da haben wir dann das ganze auch aber so hundertprozentig ja wo schaltet man den strom ein und hast nicht gesehen gibt es hier irgendwie so einen stromkasten oder irgendwo wie praktisch bei dem bkvt ich weiß es nicht dass es hier irgendwie funktioniert ich glaube hier fehlt noch ein schlüsselloch wenn ich mich noch recht entsinne alles im ganzen muss ich mir noch mal hundertprozentig noch mal anschauen sonst hat sich hier vom modell her erstmal so weit nichts getan also ich sehe gerade oder doch dass sich das ganze runter gesagt ist ja also das das haut jetzt schon ein bisschen mehr hin das ist nicht mehr so riesig wie also so hoch wie es noch in einigen versionen zuvor war gehen wir neun so und auch hier muss halt immer alles hier ein bisschen auseinander klappen hier auseinander klappen was jetzt sagt ich weiß halt auch nicht mehr was hundertprozentig passiert ist ein bisschen geformter hier mittlerweile also hier der gashebel ist ein bisschen geformter auch hier oben der falter der ist ein bisschen aber sonst hat sich hier glaube an dieser person nichts verändert aber ich mal ein bisschen weiß ich nicht kurz angemacht gleich wieder ausgemacht wahrscheinlich dann haben wir den t24 und hier sehen wir was das ist auch weiterhin hier ne wird ich hier dran gebaut aber ich glaube hier ging es jetzt mehr hier in den ja genau hier ging es jetzt weiter in dem innenraum von dem fahrgastraum sehen wir nämlich dass diese querstangen die wir ja sonst davor drin hatten jetzt nicht mehr so längs sind sondern die gehen jetzt quer und die die fahrersitze also die die fahrgäste haben eine andere sitzposition bekommen und haben jetzt ihre obligatorische haltestange da halt das war dann praktisch der nächste umbau vom fahrgastraum raus und sonst hat sich hier glaube vom außenmodell her nichts getan so eine stufe weiter sind wir jetzt bei der version 11 angekommen und hier sehen wir jetzt was jetzt passiert ist das ganze ist nämlich ein zweiricht fahrzeug das heißt wir können das können mit der bahn nach links und nach rechts fahren also vor und zurück halt also praktisch wie der bkvt ja können wir das praktisch in beiden richtungen benutzen das fahrzeug deswegen hat er ja auch auf links und rechts halt türen ja nicht nur auf einer seite und die spiegel halt die sind halt da und ich habe mich einen kleinen gimmick praktisch dahin gemacht hier wir sehen hier die halterung zwar noch aber nur hier vorne haben wir zum beispiel die weichenstange drin für mich einfach als orientierung was war vorne was war hinten irgendwann sieht man da ja selber nicht mehr durch und deswegen ist ja praktisch der fahrersitz jetzt ja also jetzt auf beiden seiten jetzt drin das war ja vorher auch noch nicht gewesen und sonst hat sich hier vom modell her groß nichts mehr getan aber man sieht halt es ist es nahm halt immer mehr vormann so wann 12 wird jetzt schon bei 12 bei 12 hat sich meines erachtens gar nicht so viel getan ich sehe jetzt hier aktuell nichts doch hier sehen wir das wieder mal im fahrgastraum und zwar ist jetzt die decke ist jetzt gewölbt man sieht es halt die stangen sind höher gerutscht und wir haben die lampen die sind mittlerweile da sieht man jetzt eigentlich relativ gut auch von außen sieht man das relativ gut dass jetzt die lampen dazu gekommen sind und dass das ganze hier ausgewölbt man sieht es ja hier auch auf den aufbau das ist ja so eine kleine wölbung macht und genau das siehst du jetzt halt auch von innen 13 hier waren wir dann mit dem fahrgastraum ja es war weitergekommen wir sehen jetzt die stühle haben jetzt polster und die stange wurde noch mal bearbeitet hier die haltestangen ja die haben jetzt richtige rundungen drin und alles was wir haben hier oben jetzt richtige haltestangen und so zum festhalten halt diese handschlaufen die fenster haben jetzt ihre griffe bekommen wir jetzt hier sehen können und ja von außen macht es natürlich ein sehr schickes bild denn wenn der innenraum natürlich schon weitergerutscht ist man jetzt schon mal so ein bisschen gucken kann beim fahrersitz glaube war das ganze nein beim fahrersitz ist das alles noch nicht da passiert aber wie gesagt im fahrersraum achso die sieht man zum beispiel auch hier unten die einzelnen holzpaneele die hier sind das sind hier alles einzelne holzpaneele die wir hier drin haben das sind jetzt also sachen die ich jetzt praktisch aus bildern entnommen habe die ich zugespielt bekommen habe was sehr hilfreich war dementsprechend konnte man das sein natürlich weiterhin so ausbauen dass es relativ original getreu halt aussieht und sonst hat sich hier meines erachtens erstmal nicht viel getan kommen wir zu bild 14 und hier ist der nächste schritt der pantograph ist da also hier sehen wir der natürlich auch stück für stück praktisch wieder zusammengesetzt worden ist auch von anhand bildern konnte ich den dem entsprechend so bauen dass er halt doch relativ original getreu halt aussieht mal gucken wie er sich nachher schlägt wenn er im editor denn da ist also wenn das ganze lotus praktisch geladen ist aber auch weiterhin kam hier vorne der neue kasten dazu praktisch und schutzpuffer hinten sehen wir jetzt hier schon die die kupplungsstange die jetzt dazu gerutscht ist und sonst ja ist hier erstmal soweit also was heißt erstmal soweit der pantograph das war ganz schön eine formelarbeit gewesen weil es halt alles so dünn ist und musste ja gucken dass es halt auch dementsprechend immer richtig sitzt bei bild 15 haben wir den pantograph noch mal ein bisschen weiter ausgebaut wir sehen jetzt hier zum beispiel gefühlt jetzt hier die transistoren drauf und jetzt ist zum beispiel das was ich meinte hier vorhin dieser kasten hier den wir da die ganze zeit gesehen hat das ist in wahrheit auch anhand nur von bildern gesehen ja haben die glühbirnen unten drunter damit diese schilder hier beleuchtet werden wohin die straßenbahn fährt ja das weiß man halt nicht auch haben jetzt hier die fenster wie wir hier sehen können jetzt hier so eine querströmung bekommen ja was ich auch anhand von bildern nur gesehen habe dass die da drin sind aber das ist vom modell zu modell wieder unterschiedlich aber das modell was ich baue hat das drin und deswegen dachte ich mir so baust du das mit rein wie gesagt da ist jetzt wie gesagt vorher war es ja einfach nur so eine blende gewesen die hier vorne dran war aber in wahrheit war das ganze halt einfach noch so einen lampenkasten so vom innenraum hatte ich glaube nicht mehr passiert außer dass wir jetzt hier diesen schnitt drin haben dass es mit der stufe hier müssen besser passt praktisch wieder ausgehöhlt es war jetzt nicht so optimal gelungen aber dann kann man gucken dass man das eventuell noch ein bisschen besser hinbekommt ich habe die lampe ein bisschen größer gemacht weil die wurde jetzt lächerlich eingestuft spiegel eingeklappt damit die dann später mal auch manuell auf und zugeklappt werden können genauso wie die scheibenwächer und das ganze ist natürlich auf beiden seiten passiert mit den spiegeln bei uns ist es in der regel dass es ja man rechts aussteigt deswegen die spiegel auf der rechten seite natürlich weiterhin da sind sonst wie gesagt es passiert hier im fahrerraum der hat jetzt praktisch sein sitz bekommen einen richtigen polstersitz auf der einen seite gibt es noch gar keinen einsatz und die kupplungsstange sind jetzt auf beiden seiten verfügbar ja sonst wie gesagt die ganzen quersträmen sind jetzt mittlerweile dringend und ja damit kommen wir eigentlich schon zum aktuell letzten das ist dieses bild hier was ich euch präsentieren kann da sehen wir jetzt mal so ein bisschen wie das modell dann mal zukünftig aussehen wird das hier oben ist noch die alte textur die wir die ihr noch kennt die ihr gesehen habt und das hier unten ist dann schon die neue textur die jetzt hier drauf ist mit dem originalen bvb logo und das ganze wird jetzt natürlich dann stück für stück jetzt weiter natürlich texturiert aber so kann man sich auf jeden fall die farbe von der straßenbahn auf jeden fall vorstellen ich finde sie ähnelt halt wirklich dem bkvt bloß dass der bkvt ein bisschen runder ist und der t24 relativ eckig und tja das ist für ein einsteiger modell eigentlich genau richtig ja damit man sich erstmal damit warm bauen kann erstmal hier in blender auf jeden fall aber man sieht es steckt unglaublich viel arbeit jetzt schon drinnen ich glaube die straßenbahn frisiert schon so unglaublich viel zeit und das ganze kostet mich jetzt noch mal so viel zeit jetzt mit dem texturieren auf jeden fall soweit bin ich mit dem modell eigentlich relativ zufrieden dass ich jetzt schon gesagt habe okay jetzt kannst du anfangen mit dem texturieren halt stück für stück halt jedes einzelne teil wenn man hier so auf dieser liste jetzt hier guckt wie viele teile es einfach mal sind ja holy shit das ist einfach mal ordentlich viel aber dementsprechend sieht zeit auch gefühlt so aus also ich bin eigentlich relativ zufrieden von dem was bis heute passiert ist hier mit meinem t24 dafür dass es anfangs anfangs noch so aussah und heute so aussieht ist für mich eigentlich schon eine großartige sache und zeigt mir dass ich eigentlich nicht meckern kann also dass ich eigentlich doch relativ zufrieden bin mit dem ergebnis aber wie gesagt das ist halt schauen wir mal auf das endprodukte nachher wenn das ding komplett enttexturiert ist wie es dann halt aussieht und das soll es eigentlich schon gewesen sein von einer kleinen zeitreise hier mit meinem t24 wie gesagt der ein oder andere wollte das ja sehen der wollte ja wissen wie das ganze entstanden ist natürlich hat er sich natürlich mehr gefreut wenn er natürlich live dabei gewesen wäre wie das ganze halt zusammengebaut ist aber das problem ist dass es halt sehr zeitintensiv ist und das ganze kann man gar nicht so wie du festhalten kann und dementsprechend ja ich hätte wahrscheinlich dann 20 was ich 20 gefühlt 20 30 stunden video material und wüsste aber eigentlich gar nicht wie ich euch das hätte präsentieren sollen damit es halt ja rüberkommt so konnte ich euch jetzt schritt für schritt einfach zeigen so was ist von bauphase zu bauphase immer passiert ich werde mal gucken dass sobald die straßenbahnen in den lotus somit den weg findet da vielleicht noch mal so ein video vom texturieren halt mache von innenraum außenraum und also mal die kleinsten feinheiten noch eventuell behoben werden was da zum beispiel noch gebaut werden muss und noch angebracht werden muss aber das ist auf jeden fall das ist erst mal so das erste bild von meinem t24 jetzt hier auch auf youtube ja dass ihr das auch mal jetzt mitbekommen habt und sonst wie gesagt wenn ihr da keine infos mehr verpassen wollt in der regel poste ich doch relativ viel im discord ja etwas weniger im forum da könnt ihr natürlich immer dabei sein und könnt ihr dann halt immer mal schauen wie weit die straßenbahnen so weiterkommt wichtig ist jetzt natürlich erst mal das fertig texturieren und dann geht es erst mal los dass ich mir da jemand suchen muss ein partner der für mich da eventuell entweder mir das skripten beibringt oder ja jemand sich freiwillig dafür bereit erklärt praktisch das skripten zu übernehmen hier und das ding hier laufweg macht für den lotus simulator aber bis dahin seht ihr selbst ist noch einiges an zeit ja dass das ganze hier irgendwann mal den weg in lotus findet das wird noch eine ganze weile dauern also so schnell wird es nicht zumal wie gesagt auch mir mittlerweile die zeit immer mehr fehlt ja kind nummer zwei ist jetzt wie gesagt kurz es kann jeden tag soweit sein ja und dann wird sowieso erstmal wahrscheinlich kurz mal ein cut geben so von den ganzen projekten die ich habe mal gucken wie weit wir kommen mit dem t24 und dann ja kann ich mich eigentlich nur von euch verabschieden hoffe euch hat das video gefallen könnt ihr gerne ein like da lassen würde ich mich sehr darüber freuen und sonst ja auch das war uns das nächste mal wieder sehen hier zu einem neuen kleinen info video hier was meine straßenbahn hier betrifft auf jeden fall könnt ihr gerne eure meinung mal in die kommentare posten vielleicht kennt der eine die straßenbahn vielleicht aber auch nicht und dann schreibt das in die kommentare mich würde das sehr interessieren was ihr davon so haltet weil ich finde ja ich finde halt man man kann bauen was man möchte ob setzen real ist oder nicht real ich finde das großartig wenn leute sicherheit ihre zeit nehmen und sowas sind ja für die community zum beispiel zusammen bastelt oder für sich selbst vielleicht ja auch einfach nur auf jeden fall das ganze ding wie gesagt weiß ich nicht ob das veröffentlicht wird ob es nicht veröffentlicht wird aber es wird auf jeden fall frühe bleiben ich habe da jetzt nicht vor jetzt damit jetzt geld zu machen das war mein erstes projekt wie gesagt es hat natürlich viele fehler drinnen es wird natürlich nicht so optimal aussehen wie manche andere sachen aber ich fand halt für mein allererstes einzelnes fahrzeug was ich hier gebaut habe ja doch kann sich das eigentlich doch sehen lassen damit verabschiede ich mich hier bedanke mich natürlich dass ihr dabei wart und hoffe natürlich dass wir uns wiedersehen hier zu einem weiteren video mit blender und unserer straßen mal unserem t24 es wäre natürlich ziemlich nice und wenn ihr natürlich mehr blender videos sehen wollt dann könnt ihr ja gerne mal diese nicht tutorial videos in anführungsstrichen euch ja mal anschauen und vielleicht ja nehmt ihr euch die zeit und bastelt doch selbst mal ein eigenes projekt produkt was auch immer muss ja nicht für lotus sein kann natürlich auch für um sie für für irgendwas anderes natürlich sein oder weiß man ja nicht und könnt ihr ja gerne vorbeischauen ansonsten wünsche ich euch heute noch viel spaß verabschiede mich hier sage danke fürs zuschauen ciao tschüss und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss